ich sitze das erste mal seit acht jahren wieder mal in einem fahrschulauto und ich habe einfach eigene pedale soll man mal so tun als ob ich der fahrbriefer bin und das ist mein lehrling ist ich kann jetzt hier die steuern oder was kann ich jetzt anfahren erstmal ersten gang rein muss ich jetzt wenn ich los war auch ein schulterblick machen so ich schalte und du längst ja alles klar jetzt kannst du den dritten gang schalten super achtung was machen wir hier super super ich bremse jetzt ich habe keine ahnung